Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen. Die Wirklichkeit ist wieder da. Der Sommer ist vorbei und es regnet. Und was soll man anders machen, als jetzt sich in geistigen Studien widmen, was wir heute Abend tun mit dem Vortrag von Professor Gunther Schnabel, 40 Jahre geldpolitische Experimente der Bank von Japan, Lehren für Europa. Das kommt einem zunächst wenig relevant vor am anderen Ende der Welt. Aber Sie werden merken, dass es doch Parallelen gibt. Wir Ökonomen beobachten ja mit Faszination, was in Japan seit Jahrzehnten stattfindet. Sie werden sich erinnern, dass in den Jahren bis 1990 wir voller Ehrfurcht nach Japan schauten, wegen dieses gewaltigen Wirtschaftswachstums. Es schien nur noch eine Frage von wenigen Jahren zu sein, bis Japan alle an die Wand drückt und in der Wirtschaftsleistung uns überlegen ist. Davon konnte dann aber doch nicht die Rede sein, denn 1990 zeigte sich, dass dieses Wirtschaftswachstum eine Blase war. Die Blase platzte 1990 folgende. Vor dem Platzen waren die Immobilienpreise so stark gestiegen, dass man für Tokio ganz Kanada hätte kaufen können und für den Kaiserpalast ganz Kalifornien. So ungefähr waren die Rechnungen damals. Und auf einmal kollabierten diese astronomischen Immobilienpreise und alles, was damit zusammenhing, ging den Bach runter. Insbesondere fingen die Banken alle an zu straucheln. Ein Drittel des japanischen Bankensystems ging damals praktisch pleite oder wurde in letzter Sekunde dann noch gerettet durch Übernahme durch andere Banken, durch Staatsgarantien, durch Staatsübernahmen und so weiter. Und Japan siegte seitdem nur noch dahin. Die Zinsen wurden auf null gesenkt. Ich war 1999, hatte gerade beim IFO-Institut mein Amt angetreten, zu der Investmentbank Namura, weil wir da kooperierten mit denen und ich musste da hin und hielt einen Vortrag über diese japanische Nullzinspolitik und das, was ich als säkulare Stagnation im Sinne von Alwin Hansen empfand. Eigentlich waren da nur ungläubige Gesichter. Entweder haben die mein Englisch nicht verstanden oder sie haben inhaltlich nicht verstanden die Situation, in der sie waren. Nun, heute werden wir es aber verstehen, denn Gunter Schnabel ist der Experte für Japan. Aber nicht nur für Japan, sondern er ist ein geldpolitischer Experte erster Güte. Er ist Professor an der Universität Leipzig und ist zugleich auch im Flossbach von Storch Research Institute als Berater tätig. Ich will ja keine Werbung machen, aber das ist natürlich schon auch eine interessante Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praktischer Anwendung, die er hier zeigt. Er hat ursprünglich in Tübingen studiert und an der University of Washington hat sich habilitiert in Tübingen und dort promoviert und hat auch in Stanford und eben Tokio als Forscher gewirkt, unter anderem bei der japanischen Zentralbank. Und seit dieser langen Zeit hat er Wissen akkumuliert über das, was in Japan so vor sich geht und das, was in Europa vor sich geht mit der EZB und der Geldpolitik. Das weiß er sowieso, das verfolgt er auch regelmäßig und er ist heute in der Lage, diese beiden Themen miteinander zu verbinden und uns zu zeigen, was wir daraus lernen können. Sein Oeuvre ist unüberschaubar. Er hat mir hier ein paar Zettel gegeben mit dem Schrifttum der letzten zwei Jahre. Noch nicht einmal die, kann ich nur annähernd reparieren. Das sind ja viele Dutzende von Artikeln. Und vorher hat er eben auch schon sehr viel veröffentlicht in diesem Bereich. So können wir also jetzt gespannt sein auf den Vortrag. 40 Jahre Geldpolitische Experimente der Bank von Japan, Lehren für Europa. Herr Schnabel, Sie haben das Wort. Kommen Sie bitte her. Sehr geehrter Herr Kollege Sinn, sehr geehrter Herr Dr. Schachtner, vielen Dank für die Einladung zu dieser exzellenten Veranstaltung. Es ist mir eine große Ehre und ich hoffe, dass die aufgebauten Erwartungen in den nächsten circa 40 Minuten erfüllt werden. Das Thema hat Herr Professor Sinn vorgegeben, Jahren. Das hieß 40 Jahre Geldpolitische Experimente der Bank von Japan, Lehren für Europa. Und in der Tat oft werde ich gefragt, was lernen wir von Japan für Europa. Und ich würde sagen, naja, Japan läuft Europa 15 bis 20 Jahre voraus. Und wenn wir wissen wollen, was passiert, wenn wir so weitermachen, dann können wir Richtung Osten blicken und verstehen, was da passiert. Und ich hoffe, dass es auch Teil meines Vortrags ist, Ihnen zu zeigen, dass die wirtschaftspolitischen Experimente, die im Wesentlichen von der Geldpolitik ausgehen, sich tief auch in die Gesellschaft reinziehen. Also was auf der Makroebene passiert, wie wir es nennen, hat am Ende auch Implikationen für jeden einzelnen Bürger dieses Landes. Und ich habe 86 bis 88 als Student in Japan gelebt während der Blasenökonomie, die Herr Sinn beschrieben hat. Ich war damals Opfer dieser Blasenökonomie, weil Sie werden es gleich erfahren. Die wurde ausgelöst durch eine billige Geldpolitik und die billige Geldpolitik ging zurück auf die Aufwertung des Yens. Und ich habe jeden Monat ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen. Und das wurde immer weniger, weil der Yen so stark aufgewertet hat. Und ich wurde erst gerettet, als ich eine japanische Oma kennengelernt habe, die ein Grundstück in Tokio verkauft hatte und überrascht war, wie viel Geld sie dafür bekommen hat. Sie hat sich dann immer beschwert, dass sie das Geld nicht aufbrauchen könne und hat dann verzweifelten Studenten kleine Stipendien gewährt. So. Und jetzt wissen Sie, dass ich mittendrin bin im Thema. Ich habe das Thema seit 1998 wissenschaftlich begleitet. Hier ein paar Meilensteine als Ergebnis meiner wissenschaftlichen Forschung 1998 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine Seite mit dem Thema im Studium, der japanischen Krise. Damals hat die Asienkrise Japan in die Finanzmarktkrise gezogen, wie ich gleich erklären werde. Dann im Jahr 2000 das Leiden unter dem starken Yen. Dann auch im Jahr 2000 meine Dissertation zur japanischen Leistungsbilanzungleichgewichten, die für das Thema auch eine wichtige Rolle spielen als Ausgangszeitpunkt. Und dann im Jahr 2016 wieder eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann bereits Japans langes Leiden unter dem billigen Geld. Später als Ergebnis der Forschung zu den Auswirkungen der anhaltenden Niedrigzinspolitik auf den japanischen Bankensektor. Hier das organisierte Sterben der japanischen Regionalbanken in der Börsenzeitung. Dann ein ganzes Buch zu Japans Banken in der Krise. Und schließlich ein genereller Ansatz zum Einfluss der Geldpolitik auf die Zinsen und den realwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Applikationen. Hier mit Thomas Mayer. Die Zentralbanken haben den Zins auf dem Gewissen und schließlich jetzt die aktuellste Entwicklung aus dem Jahr 2024. Zinserhöhungen und Stabilitätsrisiken Japans geldpolitische Handlungsfähigkeit ist begrenzt. Als Reaktion auf die Turbulenzen mit den Carry Trades Anfang August, die turbulente Aktienmärkte nicht nur in Tokio, sondern auch in Washington und Europa nach sich gezogen haben. So zum Inhalt. Ich werde zurückgehen zu den Ursprüngen der Krise. Die Blasenökonomie, die der Kollege Sim bereits beschrieben hat. Dann die wirtschaftspolitischen Reaktionen auf das Platzen der Blase beschreiben. Dann zu den Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft übergehen. Und schließlich das ganze Thema ins aktuelle Umfeld heben. Japan ist inzwischen zu einer Art tickenden Zeitpombe für die globalen Finanzmärkte geworden. Und daraus können wir dann die Lehren für Europa ziehen. So, wie geht's los? Es geht los mit der sogenannten Blasenökonomie als Ursprung der Krise. Und die japanische Blasenökonomie wird ausgelöst dadurch im ersten Schritt, dass Anfang der 80er Jahre die Vereinigten Staaten von Amerika, die FED, die Zinsen stark erhöht, um der Inflation der 70er Jahre das Rückgrat zu brechen. Und zur gleichen Zeit liberalisiert Japan seine internationalen Kapitalmärkte. Und damit fließt sehr viel Geld von Japan in die USA. Das wird von den hohen Zinsen angezogen. Und die Kapitalexporte, das Spiegelbild, ist ein großer Leistungsbilanzüberschuss Japans, der entsteht, der jetzt vielfach in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch in Europa als Bedrohung durch die japanische Exportindustrie verstanden wird. Da diese Kapitalströme mit einer Abwertung des Yen und einer Aufwertung des Dollars einhergehen, drängen die großen Industrieländer Japan dazu, um dieses Handelsungleichgewicht wieder zu beseitigen, den Yen stark aufzuwerten. Und das Ganze wird dann auch wirtschaftspolitisch umgesetzt im September 1985 mit dem sogenannten Plaza-Abkommen. Und das endet damit, dass die Vertreter der fünf wichtigsten Industrieländern vor den Kameras, vor dem Plaza-Hotel verkünden, dass sie verpflichtet sind, dass der Yen in den kommenden Monaten stark aufwerten kann. Damals hat man wahrscheinlich die Implikationen der Finanzmärkte für realwirtschaftliche Entwicklungen noch nicht verstanden. Wenn die großen Industrienationen ankündigen, dass der Yen aufwerten wird, dann können Spekulanten das für sich nutzen, indem sie zum Beispiel Dollar oder Deutsche Mark in Yen tauschen. Und so kommt es zum Wettlauf in den Yen, der dazu führt, dass der Yen weit stärker aufwertet, als das von den großen Industrienationen beabsichtigt wird. Japan ist damals schon ein sehr exportabhängiges Land. Die Aufwertung stürzt nicht nur die japanische Exportindustrie in die Krise, sondern auch die gesamte japanische Wirtschaft. Und deswegen steigt der Druck, auf die Bank von Japan diese Aufwertung zu bremsen. Und sie tut das mit starken Zinssenkungen, die schließlich auch Erfolg haben, die Aufwertung stoppt. Aber inzwischen ist das Geld so billig, dass sich eine Spekulationsblase auf den Aktien- und Immobilienmärkten entwickelt. Die Jahrzehnte danach wird sich dieses Szenario immer wieder wiederholen mit unterschiedlichen Schauplätzen. Aber das ist die erste große, vom billigen Geld ausgelöste Spekulationsblase auf den Finanzmärkten, wie sie Herr Sinn auch beschrieben hat. Also Sie sehen hier diese immense Aufwertung des japanischen Yen gegenüber dem Dollar. Das sind ungefähr 50 Prozent, was die japanischen Exporte sehr teuer macht. Und wie gesagt, die Bank von Japan senkt den Leitzins sehr stark ab, um die Aufwertung zu bremsen. Und hier sehen Sie den Nikkei 225. Hier sehen Sie also, wie sich die Spekulationsblase aufbaut auf dem Aktienmarkt, begleitet auch von einer Spekulationsblase auf dem Immobilienmarkt. Und oft werden die Immobilien eingesetzt als Sicherheiten für Kredite, die dazu dienen, auf dem Aktienmarkt zu spekulieren. Also wie gesagt, ich habe das persönlich auch erlebt. Ich war zu Hause bei Japanern, wo Hausfrauen begeistert berichtet haben, dass sie Aktien gekauft haben, von dem Telekommunikationsriesen NTT und damit Riesengewinne gemacht haben. Also es geht immer weiter hoch. Die Akteure verstehen, dass das wohl irrational sein muss. Aber die Bank von Japan steuert relativ spät gegen und sie hebt den Zins an, auch explizit mit der Intention, jetzt diese spekulative Blase zum Platzen zu bringen. Also man hat damals noch keine Erfahrungen mit Spekulationsblasen. Die Bank von Japan will Druck aus den Vermögensmärkten nehmen, aus den Immobilienmärkten nehmen. Und im Dezember 1989 platzt dann die Blase auf den Aktienmärkten und mit etwas Verzögerung im Jahr 2021 dann auch auf den Immobilienmärkten. Ja, und Sie sehen, dass es dann viele Jahre eigentlich nur nach unten geht. Und Sie sehen auch, das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, dass nach einer gewissen Zeit die Bank von Japan sich dem Druck beugt und um die japanische Wirtschaft in der lang anhaltenden Krise zu stabilisieren, jetzt die Zinsen absenkt hier und dann ab spätestens 1998 im Wesentlichen bei Null hält. Also Sie haben eine Nullzinsphase mit kleinen leichten Unterbrechungen seit dem Jahr 1998. Und die Bank von Japan ist auch die, die zuerst die quantitative Lockerung erfindet. Wenn die Zinsen bei Null sind, dann ist die konventionelle Geldpolitik, das Hochsetzen oder Runtersetzen von Zinsen eigentlich beendet. Sie müssen auf die Suche nach neuen geldpolitischen Instrumenten machen. Und das ist dann die sogenannte quantitative Lockerung, wie sie später heißt, der Ankauf von Vermögenswerten, überwiegend Staatsanleihen, aber auch Immobilienfonds und später Aktien in Form von ETFs. Hier sehen Sie nochmal den Immobilienboom, der die japanische Hausfrau, die mir so geholfen hat, so reich gemacht hat, dass sie es selber nicht verstehen konnte. Und auch da platzt die Blase mit einer gewissen Verzögerung und bis 2010 gehen Preise eigentlich nur runter und erst mit den sogenannten Abenomics, die ich später erklären werde, geht es dann wieder hoch. Also die Finanzkrise verursacht die Wirtschaftskrise und wenn die Wirtschaftskrise im vollen Gange ist, stellt sich die Frage nach der wirtschaftspolitischen Therapie. Und die wirtschaftspolitische Therapie kommt von Keynes, sie kommt nicht von Hayek. Friedrich August von Hayek hat in den 20er Jahren schon argumentiert, dass billiges Geld Spekulationsblasen auf den Aktienmärkten verursachen kann. Und das billiges Geld, das die Krise eigentlich verursacht hat, nicht die Therapie, für die daraus resultierende Krise sein kann. Keynes hat es anders gesehen. Er hat gesagt, man muss auf Krisen mit expansiver Fiskalpolitik reagieren. Mit expansiver Fiskalpolitik früher oder später bei hoher Verschuldung setzt immer auch eine expansive Geldpolitik voraus. Das heißt, die Zentralbank muss Zinsen senken, damit die Zinslast für den Staat sinkt oder damit die steigende Verschuldung nachhaltig bleibt und es zu keiner Staatsschuldenkrise kommt. Also ich habe es gesagt, Zinserhöhungen bringen die Blasen zum Platzen. Die Bank von Japan hält die Zinsen zunächst hoch, was im Nachhinein oft als Fehler interpretiert wird, aber schließlich beugt sie sich dem nationalen und internationalen Druck. Sie senkt die Leitzinsen gegen null, fängt an, Staatsanleihen zu kaufen, Aktien zu kaufen, Immobilienfonds zu kaufen. Sie gibt für instabile Banken öffentliche Kreditkarantin und öffentliche Kredite. Der Staat schnürt mit der Rückendeckung der japanischen Zentralbank schuldenfinanzierte Konjunkturpakete und gewährt Subventionen und all diese Geldschwämme und dieser fiskalische Impuls verhindern natürlich Strukturreformen, deren Notwendigkeit Japan eigentlich schon seit den 80er Jahren nachgesagt wird. Und in der Krise sinken die Steuereinnahmen ab und mit sinkenden Steuereinnahmen ist es dann auch unmöglich, Steuern zu erhöhen, um zusätzliche Ausgabenmöglichkeiten zu schaffen. Also so sieht Japan lange Zeit dahin. Im Jahr 2013, in der zweiten Amtszeit des Präsidenten Shinzo Abe, gibt es da eine Initiative von Shinzo Abe nach dem Prinzip noch mehr davon, die sogenannten Abenomics. Er hat drei Pfeile in seinem Köcher, mit der Japan jetzt endgültig mit Wucht aus der Krise ziehen will. Und das ist eine noch expansivere Geldpolitik, eine noch expansivere Finanzpolitik. Und die Strukturreformen, die sind wohl nur schlückendes Beiwerk. Je mehr Ausgabenspielräume der Staat hat, desto weniger dringlich ist es natürlich, Reformen voranzubringen. Und jetzt kann man beobachten, was billiges Geld mit dem Wachstum macht. Also das grundlegende Keynesianische Argument ist, dass Zinssenkungen und zusätzliche Staatsnachfrage natürlich einen Wachstumsimpuls gibt. Aber diese Prognose stellt sich für Japan jetzt nicht ein. Also Sie sehen hier relativ schön den Leitzins. Das ist die blaue Linie, der hier gegen null fällt und dann bei null verbleibt. Und Sie sehen hier die reale Wachstumsrate und das reale Kreditwachstum. Und Sie können sehen, dass durch diese sinkenden Zinsen oder das Niedrigzinsumfeld keineswegs das Kreditwachstum wieder anspringt. Und weil das Kreditwachstum auch nicht mehr anspringt, auch das reale Wachstum nicht anspringt. Also Japan verharrt seit dem Platzen der Blasen in einer anhaltenden Stagnation. Und jeder Versuch mit immer mehr billigem Geld und immer zusätzlichen Staatsausgaben das Wachstum wieder anspringen zu lassen, verhindert vielleicht, dass es zu einer noch größeren Krise kommt. Aber es kann nicht verhindern, dass Japan jetzt in einer zunehmenden Anzahl von verlorenen Dekaden dahin siegt. Sie sehen hier die Zinsen zehnjähriger Staatsanleihen, die einerseits indirekt gesteuert werden durch die Leitzinssenkungen. Später durch den umfangreichen Ankauf von Staatsanleihen werden sie dann direkt über die quantitative Lockerung gedrückt. Und hier ab dem Jahr 2017 wird eigentlich die Spitze der geldpolitischen Zinssteuerung erreicht, das sogenannte Yield-Curve-Targeting. Also die Zinsstrukturkurve, die hat ja ein kurzes Ende, das ist der Leitzins und die hat ein langes Ende, das sind langfristige Staatsanleihen, die 10-Jährigen, die 20-Jährigen, die steigt unter normalen Bedingungen eigentlich an. Aber da setzt sich die Zentralbank jetzt das Ziel, also beide Enden dieser Zinsstrukturkurve gegen Null zu drücken und auch bei Null zu halten. Also der Zins als Signal für Knappheiten auf dem Kapitalmarkt oder als Allokation in seiner Allokationsfunktion, die zwischen guten Investitionen und schlechten Investitionen trennt, ist jetzt auf Dauer ausgeschaltet. Und Sie sehen auch, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, dass der langfristige japanische Zins immer unter dem langfristigen Zins der Treasuries in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt, was dazu beiträgt, dass Persistentkapital aus dem schwächelten Japan in andere Währungsräume, insbesondere in die Vereinigten Staaten von Amerika exportiert wird. Kapitalexporte sind gleich den Nettogüterexporten in Leistungsbilanzsalden. Also das hilft, den Leistungsbilanzüberschuss von Japan aufrecht zu erhalten, trägt aber auch dazu bei, dass Persistentkaufkraft aus Japan abfließt, die entgegen der Theorie auch bis heute nicht nach Japan zurückgekehrt ist. Die erste Episode der makroökonomischen Stabilisierung in den 1990er Jahren ist dahingehend spannend, weil sie zunächst durchaus zu einer leichten Erholung der japanischen Wirtschaft beiträgt und vor allem auch verhindert, dass es zum großen Kollaps des Bankensystems kommt. Es gibt einzelne Immobilienfinanzierer, die bankrott gehen, aber die meisten japanischen Banken können sich zu Beginn der 1990er Jahre noch über Wasser halten, weil die Zinssenkungen der Bank von Japan dazu beitragen, dass jetzt vermehrt Kapital abfließt, damals mit dem Schwerpunkt Südostasien. In dieser Zeit hat die Weltbank eine Studie geschrieben über südostasiatische Staaten wie Thailand, Malaysia, Südkorea, die Philippinen und Indonesien, wo sie das Bild eines Wirtschaftswunders zeichnen. Und das Wirtschaftswunder entsteht vor allem deshalb, weil viele japanische Banken jetzt aus dem sichenden Japan, finanziert durch günstige Finanzierungskosten der Bank von Japan, Kapital nach Südostasien transportieren und die Kreditvergabe dort jetzt ein wirtschaftliches Feuerwerk, also hier mit dem Ausdruck der Vereinten Nationen ein Wirtschaftswunder verursacht. Das Wirtschaftswunder hat zwei positive Auswirkungen auf Japan. Einerseits machen die Banken wieder mal Gewinne, gute Gewinne aufgrund der großen Zinsdifferenz zwischen Südostasien und Japan. Und andererseits wächst die Wirtschaft dort sehr stark. Es ist hoher Investitionsbedarf, der insbesondere auch von den japanischen Unternehmen oft auch mit Direktinvestitionen bedient wird. Und das führt zur wirtschaftlichen Erholung in Japan. Die Inflation steigt wieder ein bisschen an. Und nach dem Inflation-Ansteig erhöht die Bank von Japan zeitweise die Zinsen wieder. Aber sobald die Bank von Japan die Zinsen erhöht, steigt der Druck, Kapital aus Südostasien nach Japan zu repatriieren. Und die Spekulationsblase, die jetzt mit japanischem Geld in Südostasien entstanden ist, die platzt wieder. Und damit wird der japanische Finanzsektor ein zweites Mal getroffen. Jetzt durch Kreditausfälle in Südostasien. Und aus der Asienkrise entsteht weitgehend unbewerkt von der Weltgemeinschaft, die im Wesentlichen auf diese Asienkrise schaut, eine japanische Finanzmarktkrise, in der jetzt große, richtig große japanische Banken kollabieren, die Hokkaido Takshoko Bank, eine Citibank oder ich werde es gleich zeigen, großer Wertpapierhändler Yamaichi Shoken. Und damit wird Japan durch die platzende Blase in Südostasien jetzt ein zweites Mal in eine sehr, sehr tiefe Krise gezogen, die die Bank von Japan dann in die Entwicklung der sogenannten unkonventionellen Geldpolitik drängt. Das ist Shohei Nosawa, das ist der Präsident von Yamaichi Shoken, der sich jetzt weinend vor den Kameras, vor der japanischen Öffentlichkeit entschuldigt, dass er Japan in eine tiefe Krise gestürzt hat. In der Folgezeit werden wir viele solche Finanzkrisen beobachten und erleben. Wir werden aber nicht mehr erleben, dass sich ein Präsident auf diese Art und Weise entschuldigt hat. So, wie geht es weiter? Also die Staatsverschuldung steigt 1990, also im Jahr des Platzens der Blase, liegt die Staatsverschuldung von Japan bei ungefähr 63 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Sie wissen, dass die Maastricht-Grenze bei 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt. Und über die Zeit hinweg beschleunigt hier durch die Abenomics, steigt die Staatsverschuldung auf ungefähr 260 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn wir hier in Deutschland über 60 Prozent jammern oder in den USA um ungefähr 126 Prozent, dann ist es durchaus noch eine andere Dimension. Das ist natürlich nur nachhaltig. Die Staatsschuldenkrise bleibt aus, weil die Bank von Japan jetzt im großen Umfang Staatsanleihen kauft. Dadurch verhindert sie die Staatsschuldenkrise und drückt gleichzeitig die Verzinsung dieser Staatsanleihen auf mehr oder weniger 0 Prozent. Also das ist natürlich sehr günstig für den japanischen Staat. Führt aber auch dazu, dass die Bilanz der Bank von Japan sehr stark aufgeblasen wird. Also auch hier, um das vergleichbar zu machen, gemessen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen, dass die geldpolitische Expansion jetzt sehr, sehr viel weiter geht, als im Fall der Europäischen Zentralbank oder eben auch als im Fall des US-amerikanischen Federal Reserve Systems. Also so weit, so gut. Das ist leicht zu beobachten. Und als traditionell ausgebildete Ökonomen würden wir jetzt denken, dass eine so starke Ausweitung der Zentralbank-Bilanz jetzt zu Inflation führen wird. Aber das ganze große Rätsel in dieser Entwicklung ist, dass es zu keiner Inflation kommt. Der Konsumentenpreisindex bleibt interessanterweise weitgehend stabil. Ich werde später das Rätsel noch lösen. Es ist einfacher, als die meisten denken würden. Aber fast noch niemand hat sich über die Lösung Gedanken gemacht. Hier sehen Sie einerseits die Geldmenge M2, die ja im Wesentlichen mitgetrieben wird von der Ausweitung der Zentralbank-Bilanz im Vergleich zur Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts. Also das ist hier ungefähr 1990. Sie sehen, dass das reale Bruttoinlandsprodukt hier in der offiziellen Statistik kaum mehr ansteigt. Und hier unten haben Sie den Konsumentenpreisindex, der trotz dieser immensen monetären Expansion jetzt kaum ansteigt. Also Japan ist das erste Land, wo wir beobachten, dass wir eine sehr, sehr starke Ausweitung der Geldmenge haben, die im Wesentlichen auch sehr viel zusätzliche Staatsausgaben finanziert, ohne dass das zu einer merkenswerten Konsumentenpreisinflation führt. Sie sehen hier die Konsumentenpreisinflationsraten, die Anfang der 80er Jahre sehr hoch waren, ausgehend von der Hochinflationsphase der 1970er Jahre. Und dann hier in der großen strukturellen Krise im Wesentlichen um Null oszilliert, oft auch unter die Nulllinie fällt. Und aus kensianischer Sicht sind fallende Preise, die sogenannte Deflation, immer ein willkommener Anlass, dann die Geldpolitik und die Finanzpolitik expansiver zu gestalten. Auch damals mit der Begründung eben, dass Deflation gleich Rezession ist und um die Rezession zu verhindern, auch fallende Preise verhindert werden müssen. Das ist ein Argument, was wir auch hier für die Europäische Zentralbank zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder erleben werden. Um das Rätsel zu lösen, warum die Preise nicht angestiegen sind, das ist eigentlich ganz einfach. Ein Doktorand von mir hat sich mal die Mühe gemacht, über viele Jahre hinweg die Budgets der einzelnen Ministerien Japans zu durchforsten und eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viel in den Budgets dafür verwendet werden wird, Güter zu subventionieren, die in diesem Konsumentenpreisindex stecken. Und über die Zeit hinweg werden immer mehr finanzielle Ressourcen dafür aufgewendet, die Preise von Lebensmitteln, von öffentlichem Verkehr, von Bildungsgebühren, von einzelnen Dienstleistungen, einfach dadurch niedrig zu halten, dass die große zusätzliche Feuerkraft, die der japanische Staat durch den Ankauf von Staatsanleihen durch die Bank von Japan erhält, einfach dazu verwendet wird, Güter zu subventionieren und so die Konsumentenpreise niedrig zu halten. So, und dann kann man sagen, das ist ja nicht schlimm, die Inflation bleibt aus, wir können so viel Geld drucken, um alles das zu finanzieren, was der Staat sich wünscht und die Bürger und Bürgerinnen werden keinen Schaden nehmen. Später entsteht daraus die MMT, die Modern Monetary Theory, die auch bei uns immer hochkommt, wenn insbesondere linksgerichte Politiker sich mehr Staatsausgaben wünschen. Aber trotzdem bleibt das Ganze nicht wirkungslos für Wirtschaft und Gesellschaft. Also wir haben einerseits schon beobachtet in den vorangegangenen Slides, dass die DITIG-Zinsen es nicht schaffen, das Kreditvolumen der Banken wieder zu beleben, während wir gleichzeitig in den Vereinigten Staaten von Amerika beobachten, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eben wesentlich über Kreditsteuerung, Wachstumssteuerung machen. Das funktioniert in Japan nicht. Das Wachstum springt nicht wieder an. Und meine zentrale Erklärung für die Tatsache, dass zusätzliche niedrige Zinsen und zusätzliche Staatsausgaben das Wachstum nicht wiederbeleben, liegt daran, dass die anhaltende expansive Geldpolitik jetzt den Bankensektor beschädigt. Also ich habe irgendwann mal ganz früh im Grundstudium gelernt, dass der Zins eine Allokationsfunktion hat. Also wenn er bei 5 Prozent liegt, dann werden nur die Investitionsprojekte realisiert, die eine erwartete Rendite über 5 Prozent haben. Und schlechte Investitionsprojekte mit einer erwarteten Rendite unter 5 Prozent werden dann nicht realisiert. Und wenn hoher Zins dafür sorgt, dass nur Investitionsprojekte mit der hoher erwarteten Rendite realisiert werden, dann hat das einen positiven Effekt auf die Produktivitätsgewinne. Wenn Sie den Zins dagegen gegen Null senken, ist dieser positive Effekt nicht mehr vorhanden. Zudem muss es natürlich Institutionen geben, die einschätzen, welches geplante Investitionsprojekt eine hohe Rendite hat und welches geplante Investitionsprojekt eben keine hohe Rendite hat. Das kann man den geplanten Investitionsprojekten ja vorab nicht ansehen. Und das sind die Banken. Und die Banken werden jetzt durch die anhaltende Niedrigzinspolitik nachhaltig beschädigt, weil wenn Sie den Zins drücken, also es gibt ja einen Einlagenzins und es gibt einen Kreditzins, das ist die Marge der Banken, aus denen Sie Ihre Kosten bedienen. Und wenn beide gegen Null sinken, dann ist irgendwann das Senkungspotenzial für die Einlagenzinsen ausgereizt und dann sinkt nur noch der Kreditzins. Also das heißt, die Zentralbank komprimiert die Marschen und macht damit die Banken kaputt und so setzt jetzt im japanischen Bankensektor, der übrigens, ich werde es gleich noch zeigen, sehr ähnlich strukturiert ist wie der deutsche Bankensektor, setzt jetzt das große Bankensterben ein und die japanischen Banken wären sehr defensiv dabei, Kredite zu vergeben. Sie tendieren dazu, nur noch Kredite zu vergeben, wenn der japanische Staat entsprechende Ausfallgarantien gewährt. Also Sie übernehmen kein Risiko. Und das Ganze hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf die Unternehmen. Die werden zombifiziert, sagt man, weil die nicht mehr dem Zinsdruck ausgesetzt sind. Die Unternehmen machen jetzt überwiegend Gewinne dadurch, dass der Staat ihre Finanzierungskosten senkt, dass das Land in einer persistenten Krise steht, die die Gewerkschaften dazu zwingt, defensive Lohnforderungen zu stellen. Also die Unternehmen werden im Wesentlichen dadurch subventioniert, dass ihre Finanzierungskosten gesenkt werden und die Lohnkosten abgesenkt werden. Das sind ja die beiden wichtigsten Produktionsfaktoren, Kapital und Arbeit. Und von beiden Produktionsfaktoren werden jetzt die Kosten abgesenkt und damit wird nicht mehr investiert. Und wenn nicht mehr investiert wird, können Sie eigentlich ableiten, dass die zukünftigen Wachstumsprognosen gering sind. Und wenn Sie davon ausgehen können, dass das zukünftige Wachstum gering ist oder dass die Kaufkraft sinken wird, dann macht es auch keinen Sinn mehr, Kapazitäten auszubauen. Das heißt, trotz niedriger Zinsen wird nicht investiert und alle Gewinne, die durchaus akzeptabel sind, werden dann von den japanischen Unternehmen einbehalten. Und deswegen in dieser langen Phase der Stagnation, in der durchaus von vielen so gesehen viele Zombie-Unternehmen entstehen, bauen die Unternehmen immer mehr Eigenkapital auf. Ja, also hier sehen Sie die zwei Kreditmarschen. Also den einen habe ich beschrieben, die schwarze Linie. Das ist der Kreditzins minus den Einlagenzins. Also die Marge lag hier in den 80er Jahren bei 4%. Die Sitz 4%-Punkten, die sinkt hier auf 1%-Punkt. Oder Sie können die Einlagen auch in Staatsanleihen anlegen. Und hier sinkt die Marge auf 0%-Punkte. Und hier sieht man ganz schön diesen Konzentrationsprozess im japanischen Bankensektor. Es gibt im Wesentlichen drei bis vier Bankentypen. Das eine sind die City-Banken, das sind die großen Banken. Hier vergleichbar mit der Commerzbank und der Deutschen Bank. Also da setzt ein Konzentrationsprozess ein. Einige gehen auch pleite. Da entstehen sehr, sehr große monopolistische Finanzkonglomerate. Dann gibt es die Regionalbanken. Das entspricht im Wesentlichen den Sparkassen von der Aktivität. Die sind regional begrenzt. Und die bedienen Klein- und Mittelunternehmen in der Region. Da gibt es große und kleine. Die großen überstehen den Prozess unbeschadet. Und bei den kleinen, hier setzt ein starker Konzentrationsprozess ein, die oft dann fusionieren. Und die Shinkin-Banken, das sind die Genossenschaftsbanken, das sind die kleinsten. Und Drie trifft es am stärksten. Also da gehen mehr und mehr davon dadurch aus dem Markt, dass sie jetzt mit Konkurrenten fusionieren. Vor einigen Jahren, wo ich das Buch über Japan geschrieben habe, war dann auch die Politik so weit, dass sie die Monopolgesetzgebung außer Kraft gesetzt hat, um Fusionen hier in den Regionen von Japan zu erleichtern. So, das ist der beste Indikator für die Zombifizierung. Die Anzahl der Insolvenzen geht immer weiter zurück in der Krise, als dass sie ansteigt. Also der Ausleseprozess, die schöpferische Zerstörung findet nicht statt. Alle überleben und weil alle überleben, nimmt die Wirtschaftsdynamik Stück für Stück ab. Und hier, das ist sehr, sehr spannend. Also das sind die Eigenkapitalquoten, die immer weiter nach oben gehen. Also die Unternehmen machen Gewinne, weil die Zinsen subventioniert sind, weil die Lohnforderungen defensiv sind, aber die Gewinne werden nicht investiert. Also die Kleinen legen das Geld einfach auf ihre Konten bei ihren Regionalbanken. Und die Regionalbanken haben das Problem, dass sie das Geld haben, aber keine Kredite vergeben können, weil niemand Kredite will. Und die großen Banken, die kaufen dann die Konkurrenz auf, entweder national oder international. Also auch das trägt dann zum Konzentrationsprozess bei. So, und hier die Produktivitätsgewinne gehen runter. Das ist nach der Statistik noch positiv. Die Produktivitätsgewinne hängen aber auch stark von der Preismessung ab. Wenn Sie die Preimflation höher messen würden, was durchaus denkbar ist mit anderen Methoden, dann wären die Produktivitätsgewinne schon lange negativ, was sicherlich auch dann konsistenter wäre mit der Reallohnentwicklung, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Also ich habe Konzentrationseffekte. Die großen Unternehmen profitieren von der Yen-Abwertung. Billiges Geld heißt ja immer auch Yen-Abwertung, natürlich immer relativ. Sie profitieren auch von Steuersenkungen und Aktienkäufen der Bank von Japan. Sie können ins Ausland exportieren, also von der ausländischen wirtschaftlichen Aktivität profitieren, die noch besser ist als in Japan. Und Sie können auch die Produktion ins Ausland verlagern, zum Beispiel in China, das lange Zeit boomt, bevor es sich jetzt in eine ähnliche Situation begeben hat. Die großen Banken profitieren von der Vermögenspreisinflation, die ab den Abenomics wieder angestoßen wird. Natürlich auch von Vermögenspreisinflation im Ausland, weil viel Kapital, ich habe es gesagt, ins Ausland abfließt, während im Inland die Kreditvergabe stagniert. Und wir haben starke, auch das erinnert stark an Deutschland, regionale Konzentrationseffekte. Die Regionen, die große Unternehmen haben, also Tokio, große Unternehmen und Banken, denen geht es gut. Also ich kenne viele Leute, die mir sagen, was hast du? Ich war in Tokio, da boomt es, das ist eine wunderbare Stadt, richtig. Aber fahren Sie raus in die Regionen, die durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt sind, die sterben. Und weil sie sterben, wandern dann die jungen Leute nach Tokio ab. Das führt uns dann zu den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wir haben sicherlich reiche Bevölkerungsschichten, die Aktien und Immobilien in Tokio besitzen. Das sind in der Regel die älteren Leute, die die Möglichkeit hatten, vor der Krise Vermögen zu bilden. Und die profitieren jetzt von der Vermögenspreisinflation im Inland oder von der Vermögenspreisinflation, die mit japanischem Geld im Ausland vorangetrieben wird. Die Ersparnisse der Mittelschicht, also Japan wie Deutschland, die Mittelschicht, weil es lange ein Land war mit einer niedrigen Inflationsrate, ist es gewohnt, in Bankeinlagen zu sparen. Aber die Zinsen auf die Bankeinlagen werden jetzt gegen Null gedrückt und es gibt eine moderate Inflation. Also das heißt, eine negative, reale Verzinsung auf die Bankeinlagen und vor allem die realen Löhne fallen. Seit der japanischen Finanzmarktkrise 1998 geht es mit den realen Löhnen abwärts, während die Immobilien in Ballungszentren, wo es noch Jobs für die jungen Leute gibt, diese Immobilienpreise, die steigen wieder mit den Abenomics. Und deswegen sind aus meiner Sicht die jungen Menschen die Hauptopfer dieser Entwicklung, der negativen Wachstums- und Verteilungseffekte, der anhaltenden, negativen, expansiven Geld- und Fiskalpolitik. Und sie können ihren realen Lebensstandard noch dadurch aufrechterhalten, dass sie die Anzahl der Familienmitglieder reduzieren, also entweder ein Kind haben oder kein Kind. Und das führt dann zu negativen Folgen für die Demografie, entsprechenden Konsequenzen für die Alterssicherung und die Tatsache, dass ein Großteil der Staatsausgaben inzwischen in die Subventionierung der Alterssicherungssysteme umgeleitet werden muss. Also hier sehen Sie die Reallohnentwicklung in Japan. Hier in der Blasenökonomie geht es wunderbar hoch. Das sehen Sie. Die Spitze ist interessanterweise erst 1997 erreicht mit der japanischen Finanzmarktkrise. Also da hat der Südostasien-Boom durchaus noch geholfen, die wirtschaftliche Entwicklung aufrechtzuerhalten. Aber seitdem geht es eigentlich nur noch runter. Also die Kosten dieser ganzen Entwicklung, die äußern sich dann eben in einen durchschnittlichen Rückgang der realen Löhne. Wobei selbst im alternden Japan die Beschäftigung steigt. Also es müssen immer mehr Menschen in den Erwerbsprozess einsteigen, die früher nicht gearbeitet haben. Also überwiegend Frauen und Rentner, um den Lebensstandard der Familie aufrecht zu erhalten. Und die sind nicht so gut qualifiziert, die sind nicht so gut positioniert im Arbeitsmarkt und müssen deshalb zu geringen Löhnen einsteigen. Und das drückt dann die Durchschnittslöhne. Also als ich in Japan gelebt habe, galt für alle Lifetime Employment, einmal in der Firma, immer in der Firma. Also das war die Normalität. Und Sie sehen auch hier, wie sich das verändert. Der Lifetime Employment nimmt ab. Und die Anzahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse, denen keine Garantie auf lebenslange Beschäftigung gegeben wird, die fällt. Und jetzt nochmal zurück zu den Jungen. Was ist das neue Lebensmodell für die jungen Menschen? Das sind die sogenannten Parasiten-Singles. Also hier auch ein gesellschaftliches Phänomen. Das sind überwiegend junge Männer, die sich nicht mehr auf den Heiratsmarkt trauen. Also der Heiratsmarkt in Japan funktioniert auch ein bisschen anders als der europäische Heiratsmarkt. Also die Frauen erwarten oft noch, dass der Mann hier Vermögen mitbringt oder eine Familie ernähren kann. Und wenn sie sich nicht zutrauen, diese Erwartungen zu erfüllen, dann bleiben sie halt zu Hause. Bei Mama machen Telespiele und werden rum umversorgt über viele Jahrzehnte hinweg. So, also das ist die Folge für die japanische Gesellschaft. Und der letzte Schritt ist jetzt die Implikation für die globale Finanzmarktstabilität. Also ich bringe sie jetzt hier zurück in den August 2024, wo es durchaus rasant und turbulent einen Schock in den internationalen Finanzmärkten gab, weil die sogenannten Carry Trades aufgelöst wurden. Auch die haben viel mit der Niedrigzinspolitik zu tun, weil wenn sie viel Geld, schnelles Geld machen wollten, dann haben sie sich zu null Geld in Japan abgeholt und haben sich irgendeinen Markt gesucht, wo die Zinsen höher lagen. Das war in den 1990er Jahren Südostasien. Später waren es oft die Vereinigten Staaten von Amerika oder kürzlich auch Mexiko und Indien. Das sind die sogenannten Carry Trades, die eine neue internationale Form sind, der Jagd nach Rendite der japanischen Sparer, die keine Rendite in Japan kriegen und deswegen ihr Vermögen im Ausland angelegt haben. Also Hand for Yield, die Japaner legen im Ausland an, weil sie in Japan keine Zinsen kriegen. Und Carry Trades bedeutet, irgendwelche Hedgefonds aus London oder New York nehmen Kredite in Japan auf und spekulieren dann auf der US-amerikanischen Börse oder vergeben Kredite in Mexiko oder kaufen indische Staatsanleihen oder Ähnliches. Das Ganze wird getrieben durch die Zinsdifferenz, die ich vorher schon gezeigt habe. Da die Zinsdifferenz gleich bleibt und die Nettokapitalexporte vielleicht schwanken, aber über die 40 Jahre eigentlich immer bestehen bleiben, machen sich Haushalte, Banken, Lebensversicherungen und Pensionskassen mit ihrem Vermögen auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, sodass das Bruttoauslandsvermögen von Japan immer weiter steigt. Also Bruttoauslandsvermögen sind inzwischen ungefähr 10.000 Milliarden Dollar. Und hier besteht ein hohes Währungsrisiko, weil die Japaner können in den USA nicht in Yen anlegen, die müssen in Dollar anlegen. Und damit haben sie ein Währungsrisiko, ein stetiges Währungsrisiko, nämlich dann, wenn der Yen aufwertet. Also die japanischen Lebensversicherungen beispielsweise, die haben Bilanzen, die sind in Yen geschrieben, die haben natürlich auch Zahlungsverpflichtungen gegenüber ihren Kunden in Japan in Yen, aber die haben jetzt sehr viel Geld in den Vereinigten Staaten von Amerika in Dollar angelegt. Das müssen sie tun, weil in Japan würden sie keine Zinsen bekommen. In den USA bekommen sie Zinsen, aber sie haben Währungsrisiko. Wenn der Yen aufwertet, dann wird der ganze Bestand an Auslandsvermögen in ihren Yen-denominierten Bilanzen korrigiert. Und dann kann bei einer starken Aufwertung, kann dann plötzlich das Eigenkapital verschwunden sein. Also Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar ist ein Riesenproblem für die Finanzmarktstabilität in Japan. Und weil Japan ein großer Akteur ist, im internationalen Finanzmarkt ist Japan natürlich auch ein großes Risiko für die internationale Finanzmarktstabilität. Und inzwischen steckt die japanische Regierung in einer geldpolitischen Zwickmühle. Denn einerseits gibt es jetzt inzwischen Inflation und die Menschen sind inzwischen sehr sensibel gegenüber Inflation geworden. 2,8 Prozent, nicht viel. Aber wenn sie 20 Jahre Reallohnsenkungen hinter sich haben, dann tun die 2,8 Prozent auch schon sehr weh. Und wegen der Inflation ist auch die politische Unzufriedenheit stark gestiegen. Der Ministerpräsident Kishida wird nicht mehr antreten für die nächste Wahl aus diesem Grund. Und auf der anderen Seite, wenn die Bank von Japan die Inflation bekämpft und die Zinsen erhöht, dann könnte der Yen stark aufwerten. Und dann könnten die Lebensversicherungen und die Pensionskassen pleite sein. Also es wird zunehmend schwierig für die Bank von Japan. Hier haben Sie nochmal die Zinsdifferenzen, die Netto-Kapitalexporte treiben. Und die Netto-Kapitalexporte führen zu einem stetigen Anstieg des Nettoauslandsvermögens. Das ist das Nettoauslandsvermögen, also die Forderungen von Japan abzüglich der Forderungen des Auslands gegenüber Japan. Und die liegen ungefähr bei 3.300 Milliarden. Und die sind überwiegend in Auslandswährung, überwiegend in Dollar denominiert und signalisieren damit einen persistenten Aufwertungsdruck. Weil wenn Sie die 3.000 Milliarden in Yen zurücktauschen würden, dann gäbe es eine kräftige Aufwertung des Yens. Und wenn der Erste zurücktauscht und den Yen aufwerten lässt, machen alle anderen Verluste. Das heißt, sobald starke Aufwertungen erwartet werden, wollen alle den Yen zurücktauschen. Und dann könnte etwas Ähnliches passieren wie im Plaza-Abkommen. Und das würde sicherlich die internationalen Finanzmärkte erheblich erschüttern. Und deswegen kann ich eigentlich prognostizieren, dass die Bank von Japan keinen geldpolitischen Handlungsspielraum mehr hat. Die wichtigste Aufgabe der Bank von Japan ist zu verhindern, dass persistente Aufwertungserwartungen entstehen. Und jetzt hier noch ein Blick auf die Alterssicherung. Das ist die Investitionsstruktur der japanischen Sozialfonds. Der wichtigste Position ist die Alterssicherung. Und Sie sehen hier, dass der Anteil der Auslandsanlagen immer weiter steigt. Auch deshalb, weil Staatsanleihen nicht mehr so zur Verfügung stehen, weil die Bank von Japan im Zuge der Abenomics einen Großteil der Staatsanleihen an sich reißt. Derzeit werden ca. 53 Prozent der langfristigen japanischen Staatsanleihen von der Bank von Japan gehalten. Und hier sehen Sie die Anlagestruktur des Government Pension Investment Funds. Also das ist der größte Pensionsfonds Japans. Und der hält abgesprochen mit dem verantwortlichen Ministerium in Tokio 50 Prozent seiner Einlagen im Ausland. Nicht gegen Währungsrisiken abgesichert übrigens, weil das einfach zu teuer ist. Und die Hälfte ist in ausländischen Aktien angelegt. Die Hälfte ist in ausländischen Wertpapieren angelegt. Und damit schon in einer sehr gealteten Gesellschaft hat die Bank von Japan keine geldpolitische Unabhängigkeit mehr. Hier sehen Sie nochmal das, was zu Beginn des Augusts, des Monats Augusts entstanden ist. Also Sie sehen hier Abwertung nutzt den Aktienkursen der Industrie. Hier repräsentiert durch Toyota. Der Banken, hier repräsentiert durch Mitsubishi UFJ. Der Life, der Lebensversicherung, hier repräsentiert durch Daiichi Life. Und wenn er Yen aufwärtet, gehen die Kurse von allen runter. Also alle sind währungsabhängig. Wir würden dokumentieren, dass überwiegend die Exportindustrie abhängig ist. Hier sind sowohl die Finanzmarktakteure als auch Industrieproduzenten, als auch die Pensionskassen sehr wechselkurssensibel. Also hier stecken immense Währungsrisiken. Und was lernen wir jetzt für Europa? Ja, ich habe es ja gezeigt, ich habe lange Japan verfolgt. Und immer wenn hier geldpolitische Entscheidungen anstanden, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht passieren. Und es ist immer wieder passiert. Also wir sind im Wesentlichen dabei, dem japanischen Modell zu folgen. Wir haben auch eine sehr expansive Geld- und Finanzpolitik, obwohl wir aus Japan wissen, dass die bestenfalls kurzfristig hilft, langfristig aber schadet über die Zombifizierung. Und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen weiterdenkt in der Kategorie der Wirtschaftssysteme, dann haben wir eben eine schleichende Transformation der Wirtschaftsordnung. Also im Wesentlichen ist die Bilanz der Bank von Japan nach oben hin offen. Also die kann alles kaufen mit gedrucktem Geld. Aber wenn sie am Ende alles gekauft hat, alle Staatsanleihen, alle Aktien und alle Immobilien, dann ist die Wirtschaft eben verstaatlicht. Also dann haben wir eine zentrale Planwirtschaft, in der natürlich Krisen immer wieder durch den Staat und die Zentralbank verhindert werden. Also wir haben ein anhaltendes Aussetzen des Haftungsprinzips und damit auch ein anhaltendes Aussetzen marktwirtschaftlicher Strukturen, eine Transformation in planwirtschaftliche Strukturen. Und wer nochmal genau wissen will, wie das in den sozialistischen Planwirtschaften funktioniert hat, dem empfehle ich die Lektüre des Werks von Janusz Kornai. Das ist ein ungarischer Ökonom, der später in Harvard gewirkt hat. Die Soft Budget Constraints, also alle Risiken von Unternehmen und Banken, werden vom Staat übernommen. Das führt dazu, dass es keine Produktivitätsgewinne mehr gibt, keine wirtschaftliche Dynamik, sondern im Wesentlichen Stagnation, in der der Wohlstand verfällt. Und ich habe es gezeigt, das hat sicherlich auch Konsequenzen für die Gesellschaft. Die verfügbaren Einkommen sinken, das gilt sowohl für Lohn- und Zinseinkommen. Und die Einkommens- und die Vermögensungleichheit wachsen, was unter Umständen zu gesellschaftlichen Spannungen führen kann. Insbesondere bei jungen Menschen, die wirtschaftlich nicht mehr mitgenommen werden und keine Aufstiegsperspektive mehr haben. Und dann stellt sich am Ende die Frage, und das ist sicherlich auch eine Frage, die sich Europa stellt, was die politischen Konsequenzen sind. Als Ordnungspolitiker bin ich der Meinung, dass Währungsstabilität, wirtschaftliche Stabilität, politische Stabilität und gesellschaftliche Stabilität immer miteinander verbunden sind. Und wenn wir den Wert der Währung aushöhlen, egal ob das über diesen offiziellen Konsumentenpreisindex sichtbar ist oder nicht, wir haben hier in Europa andere Wege gefunden, dass das im offiziellen Index nicht sichtbar ist. Aber wir sehen auch hier eine starke Ausweitung der Bilanz der Europäischen Zentralbank, die über den Ankauf von Staatsanleihen immense zusätzliche staatliche Ausgabenspielräume geschaffen hat, die im Wesentlichen dazu beigetragen haben, die private wirtschaftliche Aktivität zu verdrängen oder private Unternehmen vom Staat abhängig zu machen. Derzeit diskutieren wir diesen Prozess gerade unter dem Oberthema Subventionen. Das führt am Ende aus meiner Sicht immer zu gesellschaftlichen Konflikten. Die Verlierer dieses Prozesses werden an die Ränder gedrängt. Japan ist ein Land mit sehr geduldigen Bürgern. Auch das habe ich gelernt während meiner vielen Jahre in Japan. Ich glaube, dass die Europäer nicht so geduldig sind. Das macht auch dann den großen Unterschied zwischen Japan und Europa. In Japan ist immer noch die LDP an der Regierung. Es ist erstaunlich, trotz der großen wirtschaftlichen Unzufriedenheit. In Europa gilt das für die etablierten politischen Parteien nur noch bedingt. Ja, und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt Japan. Wenn Sie sich für Deutschland interessieren, ich habe mich natürlich auch mit Deutschland intensiv befasst und das in ein Buch gepackt, das kürzlich erschienen ist. Da können Sie noch mal nachlesen. Und jetzt bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.